DOOTUBE DOOTUBE Anfeinwechsel Freitagmorgen kurz nach 10 Es ist wieder Zeit für DOOTUBE Ich bin Chris Ich bin Chris Ich bin Sascha Und die beiden sind bei der Elite Ich weiß Ich bin jetzt dabei Offiziell Hiwo First Mitglied Mit Wunsch Sag ja bei der Elite Ja Was haben wir heute für euch Im Vergleich der Razorcrest Einmal Sascha sein Modell Einmal meins Sascha sag mal Was hast du für deine bezahlt? 38 Euro Glaube ich nicht Ja gut mit deinen Legopumpen Der offizielle Preis kam 150 oder was 124 irgendwas 45 Euro Ich hab mir auch eine Razorcrest zugelegt Hat auch nur 500 Euro gekostet Nein Spaß ist auch Saschas Ja Und zwar wegen den ganzen aktuellen Aktionen Die da Lego reißt Haben wir uns gedacht Gibt ja auch Alternativen Und das ist jetzt eine davon Und machen wir einfach mal den ultimativen Vergleich Gerne Schieß los Ja Das ist ja das Original Das ist die Kopie Was haben wir denn eigentlich an Figuren dabei? Die Figuren sind nämlich der schlechteste Was ich in diesem Set gesehen habe Damit machen wir mal kurz das Kopie Teil beiseite Figuren die dabei waren Das ist ja das Mando Pack Das ist das Mando Pack von Lego Genau Figuren die dabei waren waren jetzt Steam Der Mandalorian The Child Plus die EG Einheit Und wie heißt er? Ich komme jetzt nicht darauf hin an Nein nicht der Kuchen Der schwarze Mann Ach ja Karl Weathers sag ich immer Genau Ich weiß auch nicht wie er heißt Ich hatte den Namen Apollo Creed Ja genau Apollo Creed Ja Die gleichen Figuren hatten wir auch dabei Ja du hast den Biker noch dabei tatsächlich Ja ich hab noch einen Biker dabei Da werde ich so ein bisschen drauf Ey hast du keinen Biker dabei? Ey cool Ich hab eine Figur mehr Ha 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 Uha Oder war ein Biker dabei? Ich weiß es gar nicht mehr genau Ist egal Also der war einfach dabei Ja Kommen wir schon mal zu den Figuren Hat Daniel gar keinen Cape? Er hier? Nein Er hat keinen Cape Also bei mir auch nicht Hat er ihren Cape Oder ist wahrscheinlich das Cape von dem Mando gewesen Schokolade Was? Aber Kommen wir zu den Figuren Da gibt es nämlich ganz Ganz eklatante Unterschiede Ach guck mal Was haust du da heute für Fachbegriffe raus? Eklatant Und zwar bei der günstigen Version Sind die Farben einmal etwas kräftiger Wie bei der original Lego Figur Aber das Gesicht von der hier ist eine Katastrophe Ich hab's mir grad schon angeguckt Ja Das sieht echt aus wie eine Comic Figur eigentlich Mit dem Schnurrbart oben drauf Ganz ganz schlimm Aber das Schlimmste bei dieser Figur Was ich hatte der zu der Lego Figur ist Das Plastik der Hand ist zu hart Macht man da nämlich den Blaster in die Hand Geht's Sprengt die Hand auf Sprengt die Hand auf Sprengt die Hand auf Okay Licht aber an dem Kunststoff Und zwar für den Mando war der gleiche Blaster mit dabei Wenn du da dran hast Und das Lichtschwert Der Lichtschwertgriff war das gleiche Problem Ja Steckt man vorne die C-Clam rein Platzt das Lichtschwert auseinander Deswegen war extra ein Satzstück dabei Das ist bitter Ja Das ist aber heute bei diesem dunklen Braun so Ja Der Grogu finde ich Der sieht relativ ähnlich aus Wobei die eine andere Farbe haben Ist aber deiner auch ausgummi Ja Aber die sind eigentlich die ähnlichsten Figuren Das stimmt tatsächlich Von der Farbgebung her ist meiner etwas dunkler wie deiner Das stimmt tatsächlich Ja Die Gesichter sind fast identisch Ja Da sieht man keine großen Unterschiede Der Mando Der Mando Dann ist der Mando mal dann Oh Das gleiche wie die Hier fällt noch gerade auf Meiner ist mehr Deutlich hellere Farben Deutlich hellere Farben Und wir haben einen anderen mit anderen Druck Siehst du das? Ja Ach ne warte mal Der ist verkehrt rum Der gehört eigentlich so rum Der ist verkehrt rum Wenn alte Männer spielen Ja Der müsste eigentlich so rum zusammen gehören Aber trotzdem ist der Druck komplett anders Das stimmt Ja Das sieht man hier auch Also ein komplett anderer Druck da drauf Also ein ähnlicher Druck Ja Meiner ist nur orange Meiner ist jetzt braun Genau Und bei deiner Figur ist kein Auch der Helm ist viel dunkler Ja Und bei deiner Figur ist kein Umhang dabei Ja der hat ja den Karl Westers gekriegt Achso Ja Ansonsten habe ich auch viel bei dir Und der IG-88 Also die IG-Einheit Sennete 88 ist ein anderer Da ist Der ist ziemlich gleich Ja Das nimmt sich nichts Das nimmt sich gar nichts Das nimmt sich gar nichts Ansonsten habe ich eben gerade schon mal geguckt Von der Machart her Vom Aufbau her Sind beide Modelle fast identisch Ja Ich mach mal meine Figurchen beiseite Also die Aufbau und Leitung Ist die gleiche Auf chinesisch nein Nein ich hab mal geguckt Ich hab die Aufbau und Leitung ja sogar da In einem anderen Video zeige ich sie euch dann nochmal Aber die eklatantesten Unterschiede sind wirklich bei den Aufklebern Haben wir festgestellt ne Ja das ist bei mir als Nicht-Klemmbau-Stein-Kenner aufgefallen Dass gerade bei dir die Aufkleber sich deutlich von der Farbe des eigentlichen Bausatzes abheben Genau die Aufdeber sind grau schon und viel dunkler Bei der Original Muss ich auch sagen das gefällt mir nicht Ja Und ähm Der Druck selber ist auch dunkler gehalten Die bei der Original Das ist richtig Abgesehen von den Triebwerken Da ist es beim Original wieder etwas dunkler Ja Aber wenn man damit leben kann Für den Preis Normalerweise lasse ich die Aufkleber bei Lego ja eigentlich prinzipiell weg Ja Ähm Da hab ich sie halt drauf gemacht gehabt Scheiß drauf Für den Preis Von der Machart her sind beide Modelle super gemacht Auch mit dem Mit dem abnehmbaren Pott Ja genau Der ist hier auch drin Was wir hier halt hatten Ich habe es ja im Aufbauvideo schon mal gezeigt gehabt Es fehlt Oder ich werde es euch noch zeigen Das wird nachgereicht Ähm Es fehlten mir zwei Steine Das hatte ich Ich hatte tatsächlich eine ganze Tüte Bestimmt 20 Steine die zu viel waren bei mir Ich hatte auch vieles übrig Aber mir fehlten zwei Platten Ich hatte zwei andere dafür dabei Zwei kürzere Aber zwei Platten fehlten Und Was ich aussehe ist Der Druck bei meinem ist weitaus miserabler Wie bei deinem Sieht man einmal hier ist der Der Streifen ist bei mir kürzer Und du hast zwei Teile Ich habe zwei Teile Bei der ist es eine Scheibe durchgehen Bei mir sind es zwei Koppelteile Okay Ja Und wie gesagt Aber vom Druck her sind sie relativ ähnlich Mhm Das sieht man aber hier durch den Druck halt Das ist ganz schade Und man ist relativ milchig Wie ist es bei deinem Die ist fast durchsichtig Ist klar Ja Man ist mehr milchig Das sind so die eklatantesten Unterschiede Vom Druck her Vom Cockpit Hast du eins ein bisschen gemoddet Ich habe eins ein bisschen gemoddet Genau Ja aber der Aufkleber Der Druck der drin ist der gleiche Ja Wie gesagt Das sind die Unterschiede Großartig Es ist nicht viel anders Die Aufkleber Wie gesagt Ja Ansonsten kannst du deine auch ringsrum Komplett aufklappen So wie bei mir auch Es ist genau das gleiche Es ist genau das gleiche Man kann es öffnen komplett Einmal ringsrum Die fehlergelagerten Shooter sind auch drin Die fliegen halt nur nicht weit Das ist das ganze Problem bei denen Vom Rasten her Sind beide im Prinzip ja gleich Genau Wir sehen es ja hier Der Shooter Also der Shooter ist Murks Kann man aber Gegen Lego austauschen Das kann man auch nutzen Auch wenn man das eh nur Als Vitrinenmodell nutzen will Ist das auch vollkommen egal Das habe ich auch Für euch diesen Aufbewahrungsbereich Für die Ich weiß nicht ob man das jetzt in der Kamera sieht Ich drehe einfach mal so ein bisschen hin und her Wir brauchen wieder unseren Drehteller Ja Wie gesagt vom Aufbau ist es eigentlich das gleiche Ich habe meine ein bisschen gemoddet Ich habe eine Freezing Chamber drin Ich habe eine Vakuumröhre eingebaut Zumindest so angedeutet Ich habe auf der anderen Seite Das sieht man jetzt nicht Weil natürlich das Modell nach unten kippt Auf der Seite einen Waffenständer eingebaut Um so ein bisschen dem Film Original Ich kippe das jetzt einfach mal an Klapp mal runter auf deiner Seite Kannst du das? Siehst du das? Mach du mal Christian Achso Mal die Türen aufmachen Genau Ich habe hier noch einen Waffenständer mit eingebaut Der hinter der Schlafkammer ist Wie im Original halt auch im Film Und habe so ein bisschen mich an meinem Rest Lego ausgetobt Kann man ja ganz gut machen 1023 Teile Ja Ja Wie sieht das aus? Hast du die Carboniteile zufällig noch? Ich habe die Carboniteile Habe ich auch Die habe ich reingelegt Die habe ich hier Da gefällt mir deutlich Der Druck besser deutlich Bei dem Lego Modell Ja der ist leicht metallisch Meiner ist wirklich nur Silber Ich kann es dann mal in die Kamera halten Also hoffentlich sieht man den Unterschied Der hier ist das Original Der ist der nachgemachte Der ist metallischer Und der ist wirklich nur Ja grau eigentlich gehalten Gefällt mir auch der von Lego auf jeden Fall besser Also auf dem Wort technisch Ist Lego das bessere Set Steine mäßig Ja steine mäßig hatte ich hier gar keine Probleme Aufbauleitung ist ja 1 zu 1 geklaut Ja Das stimmt Das habe ich gesehen Da kann man nicht verkehrt machen Ja Bleibt halt der Preis in der Ski von 100 Euro Das ist wichtig Es sei denn du hast so viele Treuepunkte wie ich Dass das Ding tatsächlich dann günstig wird Ja Ich habe zu viel Lego Hast du noch andere Hobbys außer Lego? Star Wars Sitz da Hallo Hallo Ja Wir haben auch mal Gäste hier unten Ja Das sind die ganz eklatanten Unterschiede Wenn man damit leben kann Ist halt die Frage Kaufe ich mir Lego Unterstütze ich die weiterhin Bei dem was die momentan abziehen Oder Suche ich mir Alternativen Das Gute ist ja Man kann auch Steinekonvolute kaufen Auch in China Auch bei Johnny's World Bei Steingemachten Bei Bei Blue Bricks Die bieten Steinekonvolute an Geht an eure Reste Rampen Holt euch da die Steine raus Weil die Aufbauleitung bekommt ihr bei Lego kostenlos Richtig Als PDF zum runterladen Oder auch bei diversen anderen Foren Wo man sie sich auch runterladen oder ziehen kann Ja Genau Was ich sehr empfehlen kann Das würde dein Modell auch noch typisch aufwerten Ist von Modbricks So ein Podest So ein Ständer Auf jeden Fall Das wirkt gut Ja Auf jeden Fall Das ist sehr schön das Ding Das ist komplett Acryl Die Bodenplatte in schwarz Schön glänzend Ich müsste so mal Die Fliesen sind alle auf Hochglanzer Ist nichts matt oder sonst irgendwas Das ist also echt von der Materialie Ich finde deins ja von da vorne auch vorher Und du siehst fast keine Unterschiede Nein Hätte ich jetzt keine Aufkleber drauf und du siehst du keine Unterschiede mehr Außer halt dass auf den Starknocken halt kein Lego draufstehen Ist echt schön gemacht Ja Ich hätte den Unterschied nicht kennengelernt Nicht erkannt Was mich bei dem Modell nur beim Spielen gestört hat Hätte ich nur noch mitspielt Dass das relativ einfach abgeht Ach du meinst das Ja Das ist bei dir fest Das geht bei dem halt relativ einfach ab Das ist die Gründenkleber genommen Ja Nein Da muss ich mal irgendwas unterfüttern oder so Das ist das einzige Negative was mir halt aufgefallen ist Da fehlt halt die Klemmkraft Ja ist aber auf dem Aufbau gleich Ja Macht es nicht kaputt Was? Ne aber gesagt Das ist halt das Einzige was mich gestört hat Kann ich sagen Ansonsten ist das ein tolles Set Egal ob von Lego oder halt aus China als Kopie Ja Wir sind ja sowieso große Kobi-Fans Ja Kobi macht tolle Steine Ja Darf man sagen Kobi ist nicht verboten Wer auch immer das ist Kobi sind polnischer Hersteller GURWA Ja Was nicht bei dem Modell nur optisch stört sind die Triebwerke Die sind blinde gesagt Mist Das stimmt Die sehen überhaupt nicht gut aus Aber man kann ja umbauen Ist ja gar kein Problem Weil der Korpus an sich gefällt mir Halt nur die Triebwerke selber befallen Das ist von der Optik nicht so schön gelungen Ja Aber ansonsten Ich tausche das jetzt dreimal durch Und dann weiß man nicht mehr welches Original welches Gefälligung ist Abgesehen halt von den Aufkleber Hat nicht mit Klemmbausteinen zu tun Aber ich warte ja noch auf ein schönes Modell zum selber bauen Und ich meine nicht Klemmbau oder Nockenbausteine Sondern meine Hand war jetzt schon so ein bisschen Hallöchen Ist dir erstmal aufgefallen? Ja Wie dem auch sei Auf jeden Fall so ein schönes Modell Schön groß Von der Razor Crest Zum selber kleben und basteln und modden Darauf warte ich noch Soll doch kommen glaube ich oder? Hasbro hat eins Hasbro hat eins Aber diese haben auch alle aus verkreisen Die Rewelle hat doch jetzt auch glaube ich Vor angekündigten Razor Crest Bin ich mir nicht sicher Gibt es mehrere Hersteller Ja wie gesagt Aber wie gesagt Zu unserem Lego Modell zurück Also unser Fake Lego Beziehungsweise Klemmbaustein Set Ich weiß nicht ob ein Lego So eine Nachbarnung schickt Ich glaube wir sind einfach von der Reichweite zu klein Dass das für die interessant wird Kein Lego Lego 45 Euro 145 Euro Na Das ist richtig Das ist richtig Und du siehst keinen Unterschied Werterhalt Kein Werterhalt Das ist doch egal Ja Aber für Kinder zum Spielen Ist das vollkommen genau Ich finde deins mega Ja Der ganze Aufkorr sieht super aus Wie gesagt Ist das gleiche wie deiner auch Abzähl von der Scheibe Da sieht man halt wirklich einen Unterschied Weil die halt zweiteilig ist Und im Endeffekt macht es keinen Unterschied Piu Piu Kann man doch so machen Kinder können mit beiden spielen Kommt ja Kommt eh fast alles aus der gleichen Fabrik Sind wir realistisch Das ist der Weg Ja Das ist der Weg Das ist der Weg So Ihr habt es gesprochen Sind wir schon wieder durch Kurzes Video Sollte ich sagen Kurzes Video 15 Minuten Freude mal Und dann kündigen wir gleich mal an Das wird jetzt immer mal mit Mittwochs kommen Nicht mehr Freitags Die Mittwochs Edition Ja Das wird jetzt Mittwochs immer kommen Also ich merke jetzt In unregelmäßigen Abständen So wie wir Bock haben Oder ich mir Teile kaufe Mittwochs dann Nur noch Klemmbausteine machen Und Cosplay Und wir weichen weiter Am Freitag So tun wir So kommen wir nicht durcheinander Und dann könnt ihr gerne mal zu mir kommen Ich habe auch noch genügend andere Klemmbausteine Ja das nehmen wir gerne mal Das werden wir gerne mal machen Wir bringen auch gerne Meht mit Ja Oh ja Da habe ich noch genug von Das rauchen freut sich Ja Dann würde ich sagen Sehen wir uns dann nächsten Mittwoch wieder Gleiche Stelle Gleiche Welle Macht's gut Ameridaci Au reino